Die News war richtig. Die News war richtig. In der Stadt etwas groß ist passiert. Menschen waren gegen die Schatten, militärische und kommunistische Mann. Es ging nicht gut endet. Ich habe noch ein kleines bisschen den Vorräte-Sorgen-Effekt. Ich meine, was gelesen zu haben, dass man hier auch irgendwelche Vorräte anlegen muss. Aber das kommt vielleicht noch. Oder aber bin ich da einfach nur falsch informiert? Aha. Okay. Ähm, vielleicht schließt das hier das Tor. Ne. Also das linke Tor hier schon mal nicht. Ich hatte gedacht, das kann man jetzt vielleicht damit zumachen. Ich wollte nur am Anfang nicht nach rechts rüber gehen. Weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich irgendwas verpasse. Aha. Wieso geht hier jetzt nichts? Moment. Vielleicht kann ich das da... Ne. Zurück komme ich jetzt nicht. Okay. Die Musik war jetzt nichts Gutes. Ah ja, da steht einer da hinten, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Es sind viele. Was ist die Frage? Soll ich mal zurück gehen? Ne, das kriegen die ja sofort mit. Ich muss die jetzt wahrscheinlich erstmal alle herlocken. Das sind echt einige. Da brauchst du dich nicht mit anlegen wollen. Da brauchst du dich echt nicht mit anlegen wollen. Genau, trefft euch mal da. Wollt ihr euch nicht vielleicht gegenseitig zerreißen? Ich geh jetzt. Ich hau ab. So. Okay. Die sind mal unter Strom. Oh, ich aber auch. Ist das geil. Okay. Süß. Kann ich hier drücken? Ich drück mal. Ist jetzt hier schon der Strom aktiviert vielleicht? Nein. Ich hab das überhaupt nicht gesehen, dass da vorne auch Strom war. Vielleicht ist es auch grundsätzlich keine gute Idee, gleich am Anfang den roten Knopf zu drücken. Jetzt schauen wir mal. Man lernt ja aus Fehlern. Also, Licht geht an. Ich sollte die ganzen Kollegen hier herlocken. Hallo? Bringt wohl nicht immer was, hä? Also müssen wir doch runterklettern. Jetzt kommen sie ja dann aber. Okay. Also wieder erstmal alle herkommen lassen. Gott sei Dank sind die Ladezeiten zwischen sterben und respawnen nicht so lang. Ich denke wohl, da werde ich auch nix großartig schneiden. So. Ah ja. Gehen wir doch da hoch, Mensch. Gehen wir doch da hoch, Mensch. Aha. Und nun? Ah, das Tor geht auf hier vorne. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das so gut ist. Hier unten ist nach wie vor Strom. Viecher stehen noch hier. Ah, vielleicht hätte ich das unten, äh, oben lassen sollen, das Auto. Dann wären die anderen Viecher hier auch reingerannt. Scheiße. Aber ist jetzt halt so. Nein, ich bin hier raus. Ja. Äh. Ah, da schau her. Hier könnte ich jetzt theoretisch wieder... Kann ich da hochklettern? Nee. Ich muss hier wieder rein. Führt keinen Weg drum rum, glaube ich. Ja. Hier. Genau. Bleibt mal hier. Ach. Die hätten einwandfrei hier reinlaufen können in den ganzen... Strom da. Na ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie... Ah. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, ist das geil. Okay. Macht schon ein bisschen Spaß. Okay. Okay. Also, liebe Freunde. Momentchen mal. Ich stelle aber gerade fest. Ja, das mit dem Strom wird nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Ich muss mir da eine andere Taktik einfallen lassen hier. Ich lasse es mal ungedrückt. Vielleicht ist das besser. Ich mach das mal erst nachher an das Licht... Beziehungsweise die... ...entscheide. Okay. Hey! Na komm. Ah, die können schon schnell sein, wenn sie wollen, ne? Der Strom hier, der ist schon an. Vielleicht komm ich da drüber gesprungen. Ei, ei, ei. Da muss ich jetzt offensichtlich ein bisschen probieren hier. Nein. Ne, komm. Es wird schon... Ach, jetzt komm ich auch nicht mehr zurück. Na ja, gut. Ne. Okay. 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 Ich muss das offensichtlich ein bisschen genauer analysieren hier. Das ist jetzt gerade alles andere als leicht. Hm. Hm. Wir machen es auch mal im Schnelldurchlauf hier. Okay. Ein paar sind nicht so doof da rein. Okay. 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 Läuft doch mal alle hier rüber. Hier. Läuft doch mal alle da rein, bitte. Hm. So dumm sind die dann doch nicht. Jetzt kann ich hier wieder drücken. Sollte ich hier draußen doch was übersehen haben. Wenn ja, was? Wenn ja, was? Was soll jetzt denn hier noch gehen? Das ist ja interessant. Gut. Gut. So weit, so gut. Äh. Ja. 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 Es geht nach unten offensichtlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Sie sind wieder hier. In ihrem Revier. Warum nicht wirklich weg? Haben sich nur versteckt. Ja. Jetzt hier runter zu klettern? Ich weiß nicht. Kann ich mal probieren zu springen? Hä? Fräulein? Sie wissen, dass Sie äh... Sie wissen, dass Sie äh... da nicht sein sollten. Okay. Äh... Es ist ja unfassbar. Okay. Ich muss, so wie ich mir das denke, irgendwie... versuchen, an dieses... Schild da drüben anzukommen. Ja, ja. Ja, genau. Alles klar. Jetzt komme ich nämlich da auch über den Zaun gesprungen. Oder da hin. Das sind ja Aktionen, was der Mann hier macht. Startrand von Seattle. 4. Juli 1986, 1922. Da ist schon wieder so ein Kollege. Ei, ei, ei. Das ist ja gar nicht so... unschwer hier. X und äh... linker Stick drücken, um gegen eine Wand zu springen. Und einen Wandsprung auszuführen. Ah, ja. Okay. Der kann ja Sachen... Der Mann schwimmen kann er nicht, aber sowas kann er. Okay. Hier liegt jetzt bestimmt wieder was Wertvolles rum. Da geht's nicht lang, dann geht's nach rechts. Hui. Ja. Ich hätte gern mal wieder so ein Medikit gefunden. Beim Landen... Ja, was? L2, so wie ich das sehe, drücken. Um dich abzurollen und Schaden zu vermeiden. Okay. L... L2. Ja. Hier könnte ich jetzt glaube ich runterklettern, so wie es aussieht. Aber ich guck erstmal, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Hallo. Ne, geh erstmal wieder hoch. Gibt's da was? Da läuft noch ne kleine Spieluhr irgendwo. Wer? Ja, ja. Shannon gab Lydia einen so ähnlich wie das, für ihren Geburtstag. Waren sie hier? Eine schlauterte Familie. Und ein anderes Graffiti, die durch die neue Verordnung bezeichnet. Das ist, was zu denen, die von der Todes sterben. Aha. Okay, da scheint sich tatsächlich so eine Splittergruppe radikalisiert zu haben. Splittergruppe ist nicht das richtige Wort. Auf jeden Fall so eine Art Miliz, schätze ich mal. Die Frage ist, kleinen Moment, kann ich zurück? Ne, das hat sich jetzt wohl erledigt. Nicht so schlimm. Da drüben sind ein paar Schatten. Ne, ich kann, ich will ja gar nicht wieder rein. Okay. Der Sprung muss sitzen, ne? Sonst bin ich da unten gefangen mit den Leuten. Einwandfrei. Was ist da unten? Da unten hat sich jetzt gerade auch was bewegt, so wie ich es aussah, oder? Ich glaube, ich muss über diese, über diese Schaufeln von den Baggern, kann das sein? Ich schau mal. Ja. Ah ja, alles unter Strom da. Interessant. Heieiei, das ist ja wie American Gladiators hier. Kennt das noch jemand, American Gladiators? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das noch kennt. Wäre ganz lustig mal drüber zu reden, glaube ich. Jetzt machen wir aber hier weiter. ein Erschusswaffe, eine 38-Mate gefunden. Quäse, die Erschungswaffe sind vorbei. Also ich kann nix machen. Ok, es gibt auf jeden Fall erstmal ein kleines Waffe Tutorial so wie es aussieht. Schnellladen, L1. Nochmal? Worauf soll ich schießen? Das da? Ah ja, der rechte Stick ist jetzt zum Ziel. Ok, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich glaube das heißt R2 zum Schießen. Gucken einfach mal. Ja. Äh, eigentlich töte ich ja keine Tiere, ne alter Mann. Oh. Oh. Ja. Ja. Okay. War jetzt nicht der Kopf, aber der Tipp war jetzt mal wichtig. Okidoki, wir haben zwölf Schuss in der Pistole, wir haben immer noch nur einen Energiepunkt, wir sollten mal wieder sowas ähnliches wie Medikamente finden. Ich hoffe ja, dass das demnächst mal wieder sein wird. Erfahren wir allerdings in diesem Video nicht mehr, das erfahren wir frühestens im nächsten. Das ist das Ende von Teil 3. Wir machen dann demnächst weiter mit Teil 4. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und bedanke mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen hier und bis zum nächsten Mal. Danke.